Hallo liebe Freunde und Angelfreunde. Ich bin gerade am Piawe fischen und habe meinen ersten Fisch gefangen. Einen Aal. Und der beißt mich gerade sogar. Ah, er hat rausgelassen. Das ist ein wirklich schöner Aal mit 40 cm. Der kommt jetzt wieder zurück. Denn Aale gehören meiner Meinung nach geschützt. Ein wirklich schöner Aal.